Der Nachttisch Hermann von Burmeier ist optimal an die Patientenbedürfnisse anzupassen und bietet viel Stauraum, der von beiden Seiten zugänglich ist. Er kombiniert wohnliches Design mit hohem Nutzwert und ist gleichzeitig robust und langlebig. Die seitlich angebrachte Ablage kann platzsparend eingeklappt werden. Sie ist mit einem Handgriff auszuklappen. Der geräumige Korpus hat beidseitig Türen. Die Schublade können Sie zu beiden Seiten hin öffnen. Daneben gibt es auch ein beidseitig offenes Ablagefach. So können alle Ablageoptionen von beiden Seiten genutzt werden.